okay ist keine infos zu den spielern oder ich wundere mich warum die ja schon groß sammeln doch er hat er hat ich brauchte nicht mal equip drücken los auswählen wende sek jungen nein ich hätte mich heilen müssen kann ich da abkürzen weiß ich nicht will es auch gar nicht probieren ist mir egal wie ich draufgehe hier geht es darum die kache ins ziel zu bringen meine ulti ist natürlich jetzt mist weil die bewegt sich ja nicht mit die ist irgendwie ein bisschen vor dem popo wieso stirbt er nicht wieso stirbt er nicht aber matzer hat sich nach oben katapultiert junge was war das bewegt die kiste wie weit müssen wir eigentlich bewegen oder oben nein ich brauche ich habe verdrückt ich wollte meinen medipack rausschmeißen komm hier hoch es geht noch weiter mit der kiste oder steckt die da jetzt fest verstopfung im gang 5 ich meine ulti noch gezündet wahrscheinlich nicht komm ich will rein aber es ist gut dass man nicht so weit wegsbohren Mist ey war er aus Stahl oder was danke fürs danke fürs nicht wetten ich dachte mich hat einer aufgehoben guck mal unterweil auch war es nur fei juma end meinmodell Das war's, das war's war's. Oioioioi, hab ich hier aufgemischt, Arsch, Schwede, leck mich am Arsch. Lauf, mach hin. Zwei Meter müssen wir es noch schaffen. Ich meine, die Drohne hängt am Apparat. Ich meine, die Drohne hängt am Apparat. Ich klebe fest. Ja. Schön haben wir gespielt, schön haben wir gespielt. Geil. Guck dir den Matze an, Junge. Zwei, zwei, hopp, 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 hopp. Ah, jetzt muss er die Karre aufhalten. Ach Mist, da kommt man nicht hoch. Ach Mist, da kommt man nicht hoch. Warte einen Moment. Ja. 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 Schade, aber gut reingemetert, gut reingemetert in die Scheiße. Oh, wow, wow. So weit laufen. Sehr schön, passt auf. Mist, ich hab nicht aufgepasst. Aber der Amort ist, das macht mir Spaß, sowas. Ich hab geschossen wie ein Analphabet. Schade. Scheiße. Den hätte ich eigentlich haben müssen. Ich war zu dumm. Wo komme ich denn hier lang? Ah. Aber wir müssen sie aufhalten um jeden Preis. Wo bin ich hier? Wo bin ich? Es war so offensichtlich von mir, mal zu sitzen. Ich fühle mich in diesem Gefühl. Was ist denn, warum hänge ich denn hier? Nein! Ach man, das hätte ich doch gewinnen müssen. Chibos on a killstree. Schade. So. Den haben wir auch noch einen Ausgang. Gibt es hier auch was? Ja. Ah. Was? Ach das, das war ja noch für uns. Das sah so hell aus. Die müssen ja rein, die müssen die Kiste bewegen, sonst wird das nichts. Ich bin nicht so weit. Ich bin viel zu weit, bis leider raus. Alter, das ist nicht gesund. Ne, komme ich nochmal blank? Drei Minuten haben sie noch. Was? Könnten sie es schaffen sogar? Ah, der Kumpel hat auch nicht mal von meinem Medikit profitiert. Ja, drei Minuten haben sie ja noch eine ganze, ganze Ecke, die man, die sie zurücklegen müssen. Naja, jetzt kommt nichts. Ne, auch sinnlos. Sinnlos. Glückwunsch ich, den Dronen eröffnet. Mein Zeitpunkt, zu scheinen. Ich werde es machen. Junge. Die kriegen die Kiste nicht weiter bewegt, aber hier ist ein Flaschenhals am Start. Ein Engpass. Heile mich, heile mich. Bestes Spiel meines Lebens, Jungs. Schade, sie hat mich bei... Nein, sie bewegen die Kiste. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Komm mit, Junge, steh da nicht so blöd rum. Hm? We're loading, cover me, guys. Allerbestes Spiel meines Lebens hier. Ich drücke immer noch auf Shift, um mich zu moven, um schneller zu rennen. Das macht gar keinen Sinn. Das schaffen die niemals. 14 Sekunden, vergesst es. Oh, ich habe noch einen mitgenommen. Ja. Boah. 14.000 Punkte. Junge, Junge, Junge. Wenn das jetzt nicht XP gibt, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es echt auch nicht. Das arme Schwein. Hat die Leider erklimmt. Die Leider des Lebens. Erklim... Oh, oh. Vorne, Mensch. Oh. Das ist ja was. Halten, Haltenwältchen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.